Hallo und herzlich willkommen. Ihr habt nichts verpasstes geht direkt weiter hier und was soll ich sagen, erstmal frohe Weihnachten auf jeden Fall, ich wünsche euch ein schönes Fest, ist ja jetzt bald soweit, heute Abend, schönen Heiligabend, ich kann es kaum erwarten und wie ihr seht, das Spiel macht sehr viel Spaß und das Minigame ist auf jeden Fall richtig gelungen mit dem kleinen Spiel, das kenne ich, ich wusste mal gucken, ich weiß, ob das Snake oder sowas, aber da kann man mit diesen, also es kommt mir sehr, sehr begeistern, und das finde ich eigentlich eine super lustige Idee. Ja, ich bin jetzt schon Level 19, jetzt ist die Frage natürlich, wie hoch kommt man hier, weil wir wissen ja alle, bei Level 18 ist dann Schluss bei LOL und hier bin ich jetzt schon 19, also es geht schon vordentlich weiter und ja, prügelen wir uns mal hier durch, kann ich mal gleich meinen Doppelgänger beschwören mit der Taste 1, wenn ich hier mal einen Gegner finde, kann ich hier oben rausgefunden haben, jawohl, wie mal alles kaputt, ja, Waffendepot, geht nicht, zerstört das Waffendepot, achso, ich muss ja schön, erst die Türme zerstören, ja, da würde ich sagen, wir flitzen mal schnell hier durch, naja, scheiß auf die Türme, ich bin hier irgendwie unbesiegbar, ich helfe jetzt mal den Jungs hier, und dann werden wir die strategisch komplett ausrotten, anstatt ich jetzt sofort da tief drehen und dann alle umbringen, so, jetzt kann ich wieder was, Ausdauer und Willen der Feinde im Umkreis, List und Gewandtheit, List und Gesundheit, Intelligenz, Willen, Gesundheit, Unermüdlichkeit jetzt wieder, ich will ja rennen, und dann machen wir hier noch Schnelligkeit 2, kann ich die Karte noch eben umtupsen, ah, die gehört schon an uns, ah ja, auf dem Minimap oder so, das sind ja auch noch coole Sachen hier, geil, also es gefällt mir sehr gut, kann ich, ah, das sind dann sozusagen, ja, ja, die Jungle Creeps hier, die haben wir weg hier, was kannst du, ich kann alles hier, da kommt die Feuerkugel des Lebens hier, voll weggesprengt hier, mit meinem Surfschwert, surfe ich über das Land, komm, mach den Kapitel jetzt, weiter so, ah, da ist er schon ein Held, direkt hier, du bist mein Ulti, Ulti, boah, schaut euch das an, schaut euch das an, du willst weg, nicht mit mir, ich werde dich weglasern, ich werde dich durch mein Leben lasern, oh, was dann, habe ich ihn jetzt auch getötet, ja, ich habe ihn getötet, so gefällt mir das, oh, den Hammer noch rausholen hier, ich packe den Hammer raus, die Laserkugel, ah, die macht sogar jetzt, nein, mein Held hat sehr viel Gesundheit, gehe zurück zur Basis, nein, mein Held hat sehr viel Gesundheit, er hofft ihr Leben, das stimmt doch, eine Minute, dann kommt wieder mein Special, jetzt mache ich mal einfach nur Spaß, die Schlüssel soll an, da ist er, da ist er, der Revano, da steht er mit meiner Wohlverdienung, boah, richtig geil gemacht, oder, so der Schatten dabei, aua, auch so zu beschließen, ich habe schon wieder, ich kann schon wieder eine Milliarde Talente machen, Stärke Gesundheit, Stärke Energie, Acht, Acht, Energie, alles, also ich werde sagen, Stärke und Gesundheit, erstmal den spartanischen Helm drauf, ja, so, die zwei Türen müssen schon wieder geschickt werden, jetzt werde ich natürlich ganz geschmeidig, und exzellent, mal geht die, ja, wegklatschen, ja, und dann wird das Gebiet langsam wieder richtig hübsch, sehr schön, Eissturm tötet, tötet, und was ist los, da unten, das kommt man nicht durch, oder was, das Hauptgebäude zu stören, eigentlich, wollte ich eigentlich nicht hier, so sieht es aus, ach, ist schon fast tot, oder, ja, da muss ich ja mitmachen, äh, tötet, ist gleich vorbei, Jungs, uiuiuiui, drei Helden hier, da wird es aber, da wird es aber, boah, das Ding haut ja auch noch drauf, ey, was ist das denn für ein Ding hier, ist der Panzerturm, Boah, weggesprengt, Ui, ein Video? Sieg, Leute, Sieg, Sieg, schaut es euch an, der Mann mit dem Tiger, und man hat den, der Mann mit retirement,